Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich euch zeigen werde, wo ihr die 5 höchsten Berge finden könnt und die Mission dann damit abschließen könnt. Natürlich abonniert gerne den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Würde mich wirklich freuen, also wenn wir die Community ein bisschen zu wachsen bringen würde, würde mich das freuen. Ich mache da jetzt ganz schnell, der erste Ort ist direkt hier bei Frosty rechts, hier. Und das ist so ein Schildchen, das heißt ihr landet hier einfach auf diesem, keine Ahnung was ist, ein U-Boot oder so. Landet einfach drauf und zack, bumm, habt ihr das erste. So, der nächste Ort ist direkt Polar Peak auf dem Turm. Direkt danach ist hier über die Fußballhalle, über dem Schwimmbad, direkt auf dem Berg hier, wo die ganzen Bäume im Kreis stehen. Das ist der nächste Berg. Die vierte Location ist direkt neben dem Berg, der andere Berg, und zwar hier beim Raketenstartpunkt da, oben drauf. Einfach hier landen. So, und wer hätte es gedacht, den Abschluss bildet dann der Vulkan als der letzte hohe Berg oder hoher Ort. Und zwar hier ist das Ganze. Das waren dann alle fünf hohen Berge bzw. Orte. Die anderen Missionen sollten mittlerweile auch schon online sein. Die sollten gleichzeitig hochgekommen sein. Also, falls ihr da auch Hilfe wollt oder meine Hilfe annehmen wollt, schaut gerne auf dem Kanal vorbei. Da sollten die anderen halt sein. Vielleicht sind die unten verlinkt, ich weiß es nicht genau. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und tschüss.